Zwei Polizisten machten gerade Mittagspause in einem Restaurant, als sie von einer Jugendlichen überrascht wurden. Die beiden Polizeibeamten Rance Grin und George Sims wollten eigentlich nur schnell in einem Restaurant von Kansas City in den Vereinigten Staaten etwas essen. Da kam auf einmal eine Jugendliche auf sie zu und legte ihnen etwas auf den Tisch. Eine Papierservierte mit einer darauf geschriebenen Botschaft. Völlig überrascht lasen die beiden, was da geschrieben stand. Auf der Servierte stand, Danke, dass ihr euch um unsere Sicherheit kümmert. Für die beiden Polizeibeamten eine herzerwärmende Nachricht. Einer der beiden erklärt, die Nachricht der jungen Frau hat uns weit mehr berührt, als man sich denken kann. Tatsächlich ist die Polizeiarbeit in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren von vielen Menschen nicht mehr so richtig geschätzt und oft sogar kritisiert worden. Die Geste der jungen Frau hat den Polizisten gezeigt, dass sie von vielen doch noch als Helden betrachtet werden. Sogar ihre Rechnung war von anderen Gästen des Restaurants bezahlt worden. Sollte Gesten haben eine motivierende Wirkung und wirken aufbauend auf das Gemüt.